Etwas mehr als üblich ist das täglich gelebte Firmenmotto eines außergewöhnlichen Autohauses in Löbau. Seit über 105 Jahren dreht sich hier im Autohaus Henkel alles um neueste Automodelle, optimalen Fahrzeugservice und vor allem zufriedene und treue Kunden. Hätten Sie gewusst, dass dieses Autohaus die dienstälteste Vertretung der Marke Skoda in ganz Deutschland ist? Bereits 1959 begann die Leidenschaft der Henkels für Fahrzeuge von Skoda. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, außer dass seit 20 Jahren auch die Marke Suzuki zum Angebotsprogramm gehört. 2010 wurde die Autohaus Henkel GmbH in Löbau von der Fachzeitschrift Autostraßenverkehr im Test von über 2000 Autohändlern aller Marken zum besten Händler Deutschlands gekürt. Seit dem 22. März 2004 führt Uwe Henkel das Unternehmen in vierter Generation zu diesen beeindruckenden Erfolgen. 17 engagierte Mitarbeiter stehen ihm täglich dabei zur Seite. Das Geheimnis des Erfolges ist simpel clever und liegt einfach in der konsequenten Kundenorientierung. Und die beginnt bei der bedarfsgerechten und kompetenten Kundenberatung beim Neuwagen- oder Gebrauchtwagenkauf. Eine kostenlose Grundinspektion nach dem Erwerb ist hier ebenso selbstverständlich wie attraktive Gutscheine, wenn Bestandskunden neue Kunden empfehlen. Hochmoderne Werkstatttechnik und erfahrene Servicetechniker sorgen nach einem umfassenden Zustandscheck für die optimale und kostengünstigste Instandsetzung oder Wartung der Kundenfahrzeuge aller Marken. Treue Bonussystem inklusive. Sollte das Lieblingsgefährt unterwegs seinen Dienst versagen, steht jedem Kunden ein 24-Stunden-Hol- und Bringservice zur Verfügung. Beliebt ist auch ein Sonderservice der modernen Art. Die Komplettfahrzeugbeklebung für alle mobilen Typen, die besonders auffallen wollen oder müssen. Für Besitzer von Oldtimern ist das Autohaus Henkel Vertrauenspartner, wenn es um die Pflege und Restauration der technischen Schmuckstücke geht. Partnerschaft wird hier im Autohaus Henkel nicht nur rund um die Mobilität großgeschrieben. Die Macher der Sächsischen Landesgartenschau 2012 in Löbau werden mit einem Fuhrpark aus dem Autohaus Henkel tatkräftig unterstützt. Für die jungen Kicker des alljährlich zum Löbauer Stadtfest ausgetragenen Zockerturniers ist der Traditionsbetrieb seit 14 Jahren ein treuer Sponsor. Ein weiteres Hilfsprojekt, denen sich die Löbauer verpflichtet haben, trägt den Namen Flöckchen, mit deren Hilfe sich Wünsche der besonders wichtigen Art erfüllen lassen. Womit viel Können so erfolgreich gearbeitet wird, stellt sich auch die Vertrauensfrage. So soll nicht unerwähnt bleiben, dass Firmenchef Uwe Henkel mehr als 200 Kfz-Betrieben in der Oberlausitz als Obermeister der Kfz-Innung vorsteht. Mehr als üblich können Kunden des Autohaus Henkel in Löbau täglich erwarten und vor allem die Leidenschaft aus über 100 Jahren Tradition selbst erleben. Mehr als üblich.